das biest und also zurück so wollen wir es haben da wir wollen die portionen haben nicht was drück ich denn gott der mit was wir haben zwischenzeitlich man elixier bekommen okay das haben wir aus dem spiel ding ist wenn wir ein material hergebracht haben ach ja ich habe mit und goal auch ein limit der russ und trotz kopf das heißt trotz kopf würde bedeuten dass er hat durch einen einzigen schlag der ihm das leben aushauchen würde nicht besiegt aber nur wenn er nicht ein einziger nimmenspunkt sonst zack so erwachen teil dann haben wir hier noch eine tour wie viele tun haben wir mittlerweile pürop splitter ich gucke noch kurz im raum an das könnte sein dass du schon alle hast aber ich weiss es auch nicht die haben wir aus dem kopf gestellt haben so ein wenig tagebuch schätze ja haben wir alle und es gibt keine weitere mehr das symbolisiert das mickey mouse symbol sehr gut so einmal speikern und westflügel noch keine gegner okay vermutet es noch welche kommen aber anscheinend haben sie alle keine los jetzt stopft das bies wieder durchs haus okay so viel dazu er kommt noch eine woche aber das war jetzt nicht von guffi sora schmeisst einfach den klappensortat von und guffi macht den hong das war jetzt geil ich hab das leider nicht mitbekommen ey ähm dann zieht es wenigstens unteraufnahmen also die ist jetzt auf sehr gut so viel geld 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 regiert die welt das ist das geld was mir gefällt ha wenn es mir nicht gefällt dann ist es scheiße wem gefällt geld denn nicht ja also bitte geld gefällt doch jedem ja na toll ja mach die rüstung kaputt sora doch und spüre ich vor das heißt geld allein macht nicht glücklich aber es trifft wahrscheinlich für den amerikanischen präsidenten nicht zu ach moment ähm mir fällt jetzt ein wir können ja mehrere sachen jetzt ausprobieren stimmt das habe ich vorher vergessen ähm wir könnten den championscourt noch dazu nehmen woa ich nenne mir auf feuerreisenplitz eine resistenz von 36% oder wir kaufen noch mal eine abbas kette ich nenne mir sogar noch einen abwirkpunkt mehr das machen wir gleich wenn wir wieder im ding ins raum sind ja es gibt ja unten ein wenig so ein mogri shop ach die atomwampen ähm ich wollte schon gerade fragen wieso wow kommt da noch einer auf jetzt wollen sie saaall ach ne die landträger wow 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 und wow oh gott das war knapp das ist auch noch ein situationskommando ja kann man nur benutzen wenn er in range ist ich habe gerade eine high potion eingesetzt mhm ich habe schon einen herzenfarkt ich bin gerade am spielen was glaubst du was ich hatte das waren oder ich habe irgendwie die wanpar abением war prima ja Wo? Ach da! Noch ein Aschertspieler. Ich will jetzt... So, anscheinend ist jetzt nichts mehr... Okay, das war jetzt... Unerwartet. Das war spannend. Ähm, da. Kaufen! Ach so, das gibt es in der Welt nicht. Dann müssen wir entweder zurück zum Mulan... Oder zu Holopestchen. Ich würde lieber jetzt zum Mulan gehen. Der erste Speichepunkt, der hat ja gerade in der Nähe. Der Mogrischof. Das speichere ich hier das mal kurz. So, dann... Weltkarte. Ich würde dann ein paar Bambus heilen. Oder... Da. Ich glaube, wir hätten sogar beides mehr können. Ach nein, der ist ja gar nicht mehr hier. Scheisse. Dann ist er beim Dorf. Ja, ich dachte, der wäre noch da. Das für ein Mogri. Ein schummelnder Mogri. Ja. So, da haben wir die Abbas-Kette. Einen... Ja. Ähm... Hallo. Ich habe zu schnell gedrückt. So. Schimpfing und weg. Und Abbas-Kette. So. Das sieht doch schon besser aus. Dann will ich aber noch mal kurz... Ja. 12 haben wir noch in der Truhe davon. Okay, Gott. Brauchen wir ja nicht. So, wieder Weltkarte. Ich bin froh, wenn wir dann den ersten Hellzaub haben. Oh ja. Ja. Zwar wurde der Nacht, als er hat die ganze MP verlieren. Wenn man ihn benutzt. Aber es ist besser als... Dingens. Potions. Wenn man dann noch Immunität noch dazu hat, dann ist man dann durch den Angriff sogar noch geschützt. Er spricht weiter. Hat der... Ne, ich habe gedacht, der hätte eventuell noch ein Potions. Er hat doch noch etwas zum Schmieden noch. Das ist doch eine neue Form. Ah, Moment. Atomaanstellung. Ja, noch ein Apelitamin. So. Und... Ich könnte mir Make-up Potions herstellen, wenn wir wollen. Ne, wir uns fehlen noch sehr viele Sachen. Die anderen bei Mogli... Wahrscheinlich fällt da auch noch einiges. So, benutzen. Zora. Nein, ich will nicht in die Heldenform. Ähm... Fert leider noch ein Punkt. Echt? Immer noch einer, ey. Aber das kriegen wir hin. Ah, jo. So, wieviel führt noch das letzte Level ab? Ich glaube, von der... Ne, 75 sind es noch. 75. Mal schauen, was wir dazu kriegen. Mit dem Autowampel und dann haben wir's. Wow. Alter. Das ist ein Sperrträger schon wieder. Ja, AP! Genau. Magiekraft. Das heisst, wir können den Aufwärtsschlitzen holen. Aber erstmal der weghaue. Ich sehe soviel. Okay. Ich dachte, ich... Ich mehr wüscht, oder? Fuck! Du für Flan nicht drum. Kämpfli. Oh, es gibt noch Angriffskraft dazu. Sehr gut. Alter! Noch mehr? Ja. Ach, ich hab... schon alle gesehen. Gib auf das Geld. So, jetzt geh ich nochmal da rein, ey. Und nochmal speichern. Und jetzt hole ich den... Bevor ich speichere mal den Schlitzer. Da ist er. Zack. Da ich den... Ich hab den Schlitzer selbst nie genutzt. Deshalb weiß ich nicht genau, wann ich drücken muss. Sozusagen den... Kom... Bo... Erst am... Sag mir mal, der erste Schlag ist ja noch normal. Dann kannst du schon vier drücken, um ihn dann hochzuschleugeln. Sag ich mal. Aber das muss man dann auch mit dem Timing, muss man noch ein bisschen draus haben, damit das geht. Da musst du mal nicht rein, Mann. Hier lang. Alle klar. So, ich interessiere mich jetzt einfach mal nicht mehr für die Gegner. Ja. Hier bleibt ja noch der Boss. Unser Bau kommt. Herr! Wir sind jetzt in Sicherheit. Wundervoll! Vielen Dank! Wo ist Belle? Sie war sehr in Eile. Sie wollte sich auf die Suche nach einem schwarz gekleideten Mann machen. Was? Normalerweise in der Welt tut sie denn nie, was man ihr sagt! Ruhig, Blut, Herr. Ihr Temperament macht Belle ja geradezu so etwas Besonderem. Wir sollten sie besser suchen gehen. Und noch einmal. Ich speichere jetzt nicht mehr immer. Speichern, speichern. Das ist sowas von cool. Wer es nicht tut so uncool. Schub sie voll in mich rein, Biest. Genau. Ach, geh aus dem Weg, Fettsack. Du hast ausgedient. Vorerst. An mir schon den nächsten Boss. Mhm. Der könnte unter Umständen witzig werden. Mhm. Vor allem seine zweite Form. Oh ja. Ja. Hier muss ich konzentriert sein. Und dann mute ich mich. Bis später. Ich mute mich auch mal. Malke mich für. Ich nehme dich vor. Ich nehme mich vor. Ich nehme dich in den Weg. Ich sage mich nicht in meinen Weg. Das ist der Weg. Ich nehme dich. Ich nehme dich. Wah! Ach. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wie mir Biest gerade im Weg stand, ey. Heftig. Ob er's nicht wollte, dass er besiegen will. Jetzt geht's ja das Richtige los. Ja. Das war nur ein Vorgeschmack. Ich hasse das für mich. Okay, bis gleich. Okay. Ja. Das war's für heute. Ja. 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 Und das war's! Ja Easy Wunderbar! Die Heldenform hat wirklich einiges rausgehauen ey Ja, ist auch wichtig hier Wenn man Spannung haben will, kann man uns auch wegpassen Ich hab erst gedacht, ich warte noch ein bisschen, aber dann lieber doch auf die Heldenform Und am Ende kannst du, wenn du auf Nummer sicher gehen wirst, dass er wirklich sterben soll Wenn wir auf Limit gehen Ja, das war jetzt nicht nötig Dieser Xalti geht Was will er hier? Er muss mit Organisation 13 sein Habt ihr noch nie gehört? Wenn eine starkes, kaltete Person als ein kaltes, wird ein Niemand auch kreiert Siehst du, die Organisation, sie haben Kontrolle über alle Niemand Das ist richtig Und sie werden dich in einem Heartless Damit können sie das Niemand von dir und haben Kontrolle über sie Du bist gut Belle 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 Ich bin... Entschuldigung, ich... Ich war nicht selbst Ich hoffe, dass ich nichts getan habe, um dich zu schüttern Ich verstehe Ich hab die Beasts warm. Precisely. Wenn der Master lernen kann, zu lieben und zu lieben, bevor die letzte Pettel fallen, der Spann wird gebrochen. Wirklich? Du denkst, er wird es machen? Wir denken so. Ja, ich denke, du bist richtig. Ich hoffe, du bist richtig. Ach so, dieses Mal ist es die Rose. Mhm. Wenn ihr schon an die Rose denkt, dann verbinde ich das mit einem Organisationsmitglied, den ich am meisten hasse. Ich will diesen Ort anziehen noch mehr. Du musst es ja nicht machen! Was ist die Rose? Scheiße. Mhm. Dazu kommen wir später, wenn wir so weit sind. Ich freue mich nicht auch. Ich auch nicht, vor allem wenn es bei mir privat auch noch zu steht. Wie beschämt er ist. Ihr seid willkommen hier, any time. Wenn ihr nichts über Riku, oder der King, der Heartless, die Organisation, anything at all, lasst uns wissen. Okay, wir müssen gehen. Und wir haben wieder getan. Ja. Sehr gut. Und nach perfekten in der Zeit. So. Hä? Hä? Hey, wait a minute. Hey, wait a minute. Fängt so das Schiff von alleine? Ja. Sieht so aus, wir sind jetzt hier ein großer Follow Bastion. Eigentlich will ich da jetzt nicht hin. Ich wollte noch mal trainieren gehen. Ich hoffe, das lässt du dich noch raus. Ich wundere, was passiert. Ja. Auf jeden Fall Chios bekommt dann den Olymp. Ja. Das heißt, ich dürfte dann einen bestimmten Gag wieder verbringen. Ich sag jetzt nicht wer. Ja. Du hast dein Zeit, oder? Oh, warst du dich, der diesen Merlin? Ja. Ja. Aber es scheint, ich benutze zu viel Macht in so zu tun. Und diese Infernal-Heartless- Oh. So, was ist das? Ach, ich habe mich über diese in der Zero-District. Pooh-Storybook. Das ist richtig. Ich weiß, dass du ein guter Freund von Winnie the Pooh-Sora bist. Das ist warum ich dich besucht habe. Und wenn ich das habe, ich bin von den Hartlessen. Natürlich, ich bin zurückgegangen, mit etwas sehr kraftvoller Magik. Aber dann habe ich Angst, dass das Buch sein würde, also ich... Oh, jetzt ein Moment. Leon und die anderen müssen das auch hören. Ich hätte besser sie finden. Ich bin zurück in einem Jiffy. So, das ganze möchte ich noch durchbringen, damit ich wieder leveln gehen kann. Ja. Wahrscheinlich muss ich kurz noch mal Shared-Play starten. Ich glaube, dass ihr innerhalb von 5 Minuten durchkriegt, aber ich lasse die Aufnahme auch laufen. Sora! Cover für mich, okay? Ich weiß nicht, ob Pooh ist. Ich weiß nicht, ob Pooh ist. der 100 Morgenwald... der 100 Morgenwald... auch hier hat er einen Auftritt... der Lieblingsperr. Oh! Hey Pooh Bear, how you doing? Finding enough honey lately? Oh, yes. In fact, I was just about to do my stoutness exercises. Would you like to join me, Sora? Sure, I'm game. Huh? Ah! Of course. Ja gut, Sora. Gut gemacht. Ja. Ist das richtig sorgsam mit dem Knum? Ich siege die Herzlosen. Na, das machen wir doch mal ganz flugs. Das ist eine kleine Armee, also sollte man sagen. Okay. Es gibt einen ganz bestimmten Kampf, wo ich mich freue, dass ich den machen darf. Okay. Den Holobestchen gegen, äh, du weißt schon ganz, ganz viele und so. Man, äh, denjenigen, man. Wo man, wo man alleine ist. Aha. Ja, ich weiss ja, dass du mal die Ehre hinzuzeigen. Das ist, das ist so ein guter Kampf. Und das Armeebuch ist voll zerstückelt worden. Was? Gar nicht mehr so heilen. Da fehlt jetzt auch ein bisschen was. Ja. Eine Minute! Was ist das denn? Entschuldigung, ich wollte nicht so hoch. Bist du bitte, Sora? Nimm mich, was den Pooh will. Ja. Auf jeden Fall, es war leider bitte nötig. Pooh. So, und bevor wir mit Pooh reden, machen wir das, was wir immer tun. Wir suchen Kisten und so. Was ich mich auf jeden Fall freue, ist nämlich Kerits. Kerits. Die Pumpkins. Pumpkins. Ich bin so glücklich, dass du okay bist, Pooh. Und ich bin glücklich, dass du zum Besuchst gekommen bist. Aber du siehst, ich war gerade am Anfang zu beginnen. Vielleicht werden wir später ein bisschen besuchen. Niemand, den ich nicht weiß. Oh, sicher. Also, wie ist Piglet diese Tage? Ich glaube nicht, dass ich jemanden weiß. Wo war ich? Oh, ja. Meine Stoutness-Exercise. Pooh? Hey. Pooh? What? Es ist etwas ganz weiss, was hier passiert ist. Vielleicht werde ich zurück und fragen mich, Merlin, über das. Tut mir leid. Und, wie stehen die Dinger da drin? Nun ja, Bush hat mich komplett vergessen zu haben. Und ich nur mich als seine Freunde auch. So etwas hatte ich befürchtet. Ich vermute, dass das was mit den Seiten zu tun hat, die die Herzlosen gestohlen haben. Ihr werdet die herausgerissenen Seiten finden und das Buch restaurieren müssen, um wieder Ordnung herzustellen. Dieses Buch ist ein wichtiger Teil, ein Freund dieser Welt. Ich hatte eigentlich vor, Leon und den anderen zu sagen, dass ich es gefunden habe. Aber vielleicht behalten wir das im Moment besser für uns. Das werden wir! Gut gut. Und wo wir gerade von wichtigen Freunden sprechen, dies ist für dich, Sora. Was ist das? Konzentriere dich einfach mit aller Kraft darauf. Und ein Wort genügt, um einen Freund herbeizurufen, der dir in Zeiten der Not beistehen wird. So wie Simba Muscha, als wir das letzte Mal hier waren. Exakt. Nun geh mit deinen Freunden an deiner Seite. Danke, Merlin. Machen wir uns große Sorgen pur. Also werden wir wiederkommen, sobald wir die Freunde sein gefunden haben. Baseball-Amulett, ruf mit der Hilfe von zwei Gefährten über den Hühnchen Juno zu unterstützen. Und das war eigentlich dein Text, ich weiß. Ja, ich hab jetzt nichts gesagt. Das Kommando-Rufen wurde hinzugefügt durch Auslösen mit die Drive-Leiste zur Freund-Leiste. Der herbeigerufene Freund, der setzt die restlichen Gruppenmitglieder, probier die verschiedenen Kommandos aus, die jeder Freund mit sich bringt. Ja, wir können wieder rumfliegen. Das heißt, ich kann mich auf Cam hierhin begeben, ein bisschen leveln und dann solltest du eigentlich good to go sein, um hier in den... Schübst du mich etwa weg, in den Ullum zu kommen? Nv, das war Kraussonik X980 und... Keanu. With Kingdom Hearts 2 Final Mix. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.